Die Masken fallen, die letzten Geheimnisse werden gelüftet. Beim Finale von The Masked Singer gab es einige Überraschungen. Finale bei The Masked Singer 2024 und die erste Maske ist gefallen. Obwohl das Krokodil mit November Rain von Gans N. Roses begeisterte, reichte es nicht. Das Rate-Team, bestehend aus Chris Toll, Palina Rujinski und Rick Kevenien, warf den Namen Hape Kerkeling ins Rennen. Doch unter der Maske kam ein echter Prinz zum Vorschein. Siehe Video oben, Sebastian Krummbiegel, Sänger der Prinzen. Und der ausgebildete Chorknabe musste erst einmal Luft holen. Ey, das war so eine gute Erfahrung, diese sechs Wochen. Mein Mantel ist glaub ich 120 Kilo schwer. Man kriegt kaum Luft unter der Maske. The Masked Singer Finale Das letzte Mysterium gelüftet. Natürlich durfte auch im Finale wieder eine prominente Persönlichkeit in das Kostüm des Mysteriums schlüpfen. Und diesmal lagen die meisten Ratefüchse richtig. Sänger Michael Schulte versteckte sich unter der Maske und sagte, Es war mir eine Freude. Mit seiner Version von Say Something von A Great Big World berührte er Publikum und Ratejury gleichermaßen. Die Entscheidung fiel schließlich zwischen Flo und Flip Flop. Alle drei absolute Publikumslieblinge. Am Ende war der kleinste die größte. Im Duell gegen das Kostüm des Flip Flops, unter dem sich erwartungsgemäß die Zwillinge Roman und Heiko Lochmann verbargen, gewann der Flo. Die Enttarnung der Siegerin war übrigens die hundertste Maske, die bei The Masked Singer, viel Rate Team und Publikum waren sich einig. Unter der Flo-Maske steckt die Komikerin Mirja Böse. Um 23.53 Uhr war es dann endlich soweit. Tatsächlich steckte unter dem Kostüm Comedy-Star Mirja Böse. Wie schön ist das denn, liebe, liebe Menschen, Dankeschön, leck mich am Arsch, war das geil. Prostete Mirja ihre ersten Worte heraus. Sie selbst konnte nicht fassen, bedankte sich artig bei allen vor und hinter den Kulissen. Und dann wurde endlich gefeiert.